Ja, da sind wir jetzt hier bei einem etwas anderen Video, kein Let's Play mehr von uns. Ich bin der Mr. Maline und hier haben wir die Kami neben mir und wir machen heute mal etwas ganz interessantes. Ich habe nämlich mal was bestellt und hier steht sie sogar schon vor uns. Die Loot Chests, und wir... Da, 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 da. Und hier ist auch schon die Schere und wir wollten einfach mal mit euch zusammen die Loot Chests öffnen. Mal schauen. Verdammt, wie kommt denn das? Wer macht denn das? Dieses quitschige Dam Dam Dam. Das ist aus dem Disney Film mit den Ureinwohnern, mit den Neandertalern. Ach, ist das das Viecher, der... Ja, ich versuche daran zu denken, dann raue ich es mit rein. Genau. Mal ein, könnte man sagen, ein Unboxing-Vlog von uns, von The Crazy Heap. Und der Dominator ist nicht dabei. Wir sind sogar schon erweitert worden. Der Dude ist ja auch schon mit dabei. Und wir kriegen bald sogar noch ein weiteres Mitglied. Da im Hintergrund sieht man schon das Baby-Bädchen. Und hier sieht man... Er wird dann nur... Wie gesagt, unser weiteres Mitglied. Wir schauen mal, was wir uns da von schönen Cyber-Namen ausdenken. Er wird dann Kinder-Let's-Place machen, von Kinder für Kinder. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Das ist ja auch nur ein Hobby. Haben wir ja schon mal drüber gesprochen gehabt, auch unter einem Video. Der liebe Rook-Rab war das gewesen, hat gefragt, was wir noch so nebenher machen. Ja. Einfach mal schauen. Ich weiß gerade gar nicht, welches Video aber... Wie ich finde es ja noch. Sicherlich... Die Loot-Chest ist zu sehr zu... Kindersicherung. Wo geht denn die? Ah, hier. Hab's schon. Au! So. Hä? Geht's ernsthaft? Sie haben's klar zugegeben? Achso, okay. Nee, nee, geht schon. Dann gucken wir mal rein. Achja, und meine Idee war ja, ich habe die Loot-Chest bestellt, weil ich möchte... Wir haben ja jetzt gerade November. Das ist die November-Loot-Chest. Und wir kriegen noch die Dezember- und Januar-Loot-Chest. Wir haben uns jetzt nur das 3 Monats-Abo geholt. Und weil ja bald Star Wars Battlefront kommt und Star Wars M7 im Kino, hab ich mir gedacht, Mensch... Und ihr willst ein riesen Star Wars-Fan? Wenn man die Loot-Chest... Ja, ich bestellte, vielleicht ist was mit Star Wars dabei. Und als großer Fan kann man sowas immer sagen. Und ja, wir haben auch die Loot-Chest Plus-Variante. Er ist ein bisschen aufgeregt, merkt ihr das? Ja, ich bin ganz aufgeschwesend. Du redest unglaublich schnell. Ja. Er wollte sie schon ewig haben, die Loot-Chest. Genau, er wollte sie schon immer. Und jetzt war das mit Star Wars der auslösende Grund, dass wir der Kampf brauchen. Genau. In der Hoffnung, dass eventuell auch mal die nächsten... Wie gesagt, die nächsten 3 Loot-Chest, also die und die nächsten 2, werden wir auf alle Fälle auch machen und hochladen. Vielleicht werden dann Dezember-Loot-Chest schon mit unserem 3. Mitglied. Mal gucken. Und ich würde sagen, wir schauen mal rein. Ich will gar nicht so viel mal reingucken. Hier haben wir schon die Loot-Chest November. Da steht's drinne. Und da kann man auch reingucken, was eigentlich was ist. Ja, hallo, liebe Looter. Ja, wir sind die Looter-Kings. Und... Ruhigig. Ruhigig. Ich mach den Ruhigen jetzt erst mal. Unglaublich. Ach ja, genau. Wir gucken jetzt erst mal nach, was hier drin ist. Wir haben hier... Gerade ganz heiß in den Medien. Fallout Fair. Hier ist der B-Boy. Mal kurz die Kamera halten. Da, als Anhänger. Da, da, da. Ich hoffe doch. Geht's doch. So. Dann haben wir hier... Ach, das ist ja lustig. Das ist ein... Ein Spitzer von Marvel. Wir können mal ganz kurz... Ich guck mal, ob ich die Kamera schon vertriebe. So, da sind wir jetzt auch noch mal. Ich hab's ja erst mal mal kurz den... 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 Automatischen Fokus eingestellt. Und hier haben wir noch mal... Da ist er... Der... Der Fallout-Boy. Anhänger. Der möchte mich fokussieren. Mein Gesicht zu müssen. Dann haben wir hier noch ein kleines Gimmick. Ein ganz, ganz kleiner Spitzer. Am besten ist, äh... Eventuell, wenn man's schlecht erkennt, dass wir dann das mal... Ja. Machen wir mal ein Foto und hauen das dann mal mit rein. Ähm... Der erkennt nur dich dein Gesicht als Gesicht. Hahaha. So, dann haben wir hier noch... Kannst du mal aufhören, das immer wegzulegen und mir auch mal zeigen? Stimmt, bitte schön. Ein Marvel Bleistück. Dazu natürlich eine passende Spitze ist natürlich sehr gute Idee. Ja? Wenn man das jetzt mal so benimmt und so belässt. Könnten sie eigentlich... Für unser Kind wäre es so ein bisschen früh, ne? Ja, schade. Dann haben wir hier eine CD. Das ist die Big Twice Push-and-Song. Star CD. Mit Liedern von Castlevania, Super Mario Bros. Mega Man 2, Ninja Gaiden, Street Fighter 2, Space Harrier, Puzzle Bubble und Tetris. Wer will nicht schon immer die Tetris Musik im Auto gehört haben? Ich glaube, du musst das wirklich vor mein Gesicht halten. Ja, ganz gesichtlich. Hahaha. So, genau. Die... Big Twice... Ja, eine... Ne. Ach, Entschuldigung. Und dann haben wir hier... Oh, das ist natürlich auch sehr verfahren. Die muss ich sagen. Von den Ghostbusters. Das ist jetzt eigentlich nur ein Fahrzeug. Wir können gleich mal gucken. Hier haben wir den Ghostbusters. Hä? Da haben wir ihn. den Act to One auch genannt. Ach so. Und schon wieder... Ich konnte nicht drin. Du hast vergessen, dass ich eine ganz schön dicke Mord davon habe. Ja. So. Wie findest du den? Kann alles... Kann alles auch mein... Auch mein... Das ist hier das exklusiv Ding. Na ja. Gut. So. Dann haben wir hier... Ein T-Shirt. Ein T-Shirt. Den World Hunter. Willkommen im World Hunter. Extra jetzt zur Fallout 4 Zeit. Das ist eigentlich auch klar, ne? Klar, jetzt ist gerade Fallout 4 ganz groß angesagt. Ich halte es mal ein bisschen näher rein. Dann könnt ihr es auch mal kurz auspacken. Soll ich das hier mal aufmachen? Ja, pack es mal aus. Ich packe gleich mal das T-Shirt aus. Schau mal da rein. Bas, bas, bas. So. So. Da haben wir das tolle T-Shirt. Sieht auch gut aus, dass es mir passen wird. Sehr schönes Ding. Sehr schönes Ding. Du, sagst du das? Ja, das ist auch von Fallout. Dann sieht ich super damit aus. Ja, die Kami muss man noch mal vor Fallout spielen. Nein. Nein. So. Dann packen wir mal aus. Weißt du was das ist? Wenn das jetzt quietscht? Ne, das quietscht nicht. Verdammt, das ist knüppelhart. Ich dachte erst, das wäre hier so ein Bade-Dingens. Weil das genauso riecht vom Gummi her. Aber es quietscht nicht. Ich dachte erst, es wäre so eine Quietsche-Ente für die Badewanne. So eine Quietsche-Ente. Ein Ecto-One Quietsche-Ente. Ja. So, dann natürlich das Vorhande-T-Shirt. So, und weiter geht's. Ich gebe noch was ganz kleines. Zweimal extra für uns. Das sind Bonbons, glaube ich. Extreme Sour Lemon & Apple. Was willst du haben? Oh, hier. Weißt du, die Hebamme hat gesagt, wir sollen saure Trops mit in den Kreislauf nehmen. Dann nehmen wir die noch mit. So, dann haben wir hier natürlich etwas... Die... Das ist natürlich auch nicht schlecht. Das ist ein Star Trek Buch. Und zwar die Klingonische Kunst des Krieges. Die Klingonen kennt ja jeder. Denke ich mal die Star Trek zumindest kennt. Oh, der Preis ist eigentlich auch schon. Da haben wir so viele, die eigentlich die Luces gekostet. Okay. Also hat man es eigentlich mit diesem Buch schon wieder raus. Das Ganze. Heißt das sowieso, dass die meisten sind wert an die 50 Euro, oder? Ja, also das kann man natürlich auch noch aufwerten, dass man Plus-Produkte kriegt. Und dann zahlt man, glaube ich, ein paar Euro noch mehr. Und dann kriegt man ein Plus-Produkt noch. Wie gesagt, das war jetzt hier der Ecto One. Und dann ist die Loot Chest jetzt auch schon leer. Da, nichts da drin. Wie gesagt, nochmal, die Klingonische Kunst des Krieges. Den Ecto One für die Badewanne, für die Dusche. Das heißt, auch Bonbons, kann man mit reinlegen. Dann eine Sound-CD. Da muss ich ja unbedingt mal reinhören. Vielleicht kann ich das auch irgendwie, wenn es nicht gehen, auch Geschütztes drunterlegen. Die Musik. Und dann den Fallout 4 Schlüsselanhänger. Ein Marvel Bleistift und ein Marvel Bleistift-Spitzer. Nur für den Bleistift ist der Spitzer. Und natürlich das World Hunter T-Shirt. Also sozusagen eine Fallout 4. Kleine Fallout 4 Box haben wir hier vor uns liegen. Und ja, das war die November Box. Und da gibt natürlich noch einige Sachen, die man sich dann noch anschauen kann. Ja. Ich bin ja echt mal gespannt. Ich gehe aber tatsächlich davon aus, dass spätestens der Nächsten was mit Star Wars drin ist. Ach, hier steht sogar mal drin, was die Preise eigentlich sind. Guckt mal. Der Ecto One hätte 17 Euro gekostet. Das T-Shirt 14 Euro. 17 Euro? Schon ganz schön heftig für so einen. Der Schlüsselanhänger 5 Euro. Das Star Trek Buch. Guckt hier jetzt 12 Euro. Der ist Marvel Comic. Also die Bleistift und Spitzer für 2 Euro. Gut, die Bonbons sind Marktpreis. Und die CD auch nochmal 12 Euro. Also wenn man jetzt mal hochrechnet, was das für Kosten sind, könnt ihr ja gerne machen. Und was kostet die Box eigentlich? Ich weiß nicht gerade gar nicht. 24 Euro? Ich glaube 25 Euro. Also 24 Euro hat er gleich 25 Euro. Das kommt ja darauf an, was für ein Abo du abschließt. Richtig. Je länger dein Abo ist, umso günstiger wird die Box sozusagen. Also wenn man es noch einmal will, dann ist es halt am teuersten. Ja. Drei Monate gibt es, sechs Monate gibt es. Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Aber ich verlinke euch einfach den Link zum Lootchest mal unten in die Videobeschreibung. Und ja, das war die November Lootchest. Und schau mal, was es im Dezember gibt. Und ich bin auch mal gespannt. Ich bin auch mal so gespannt. Ich habe vorhin schon den DAL. Ich war leider nicht zu Hause, als das Paket gekommen ist. Aber beim Nachbarn mein Glück abgegeben. Ich konnte es gleich öffnen. Also ich hause das Video auch raus am gleichen Tag. Also heute kam es auch wirklich. Wenn ihr es heute guckt. Am 14. November. Und das war die Lootchest. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin oder beim nächsten Netzplay. Je nachdem wie weit wir es auch schaffen dann mit weiteren Netzplays. Ich warte, ich wink noch nicht. Da winkt man nicht. Genau. Wie wir es schaffen mit weiteren Netzplays. Wir haben aber noch mehr. Der Turbinator haben wir noch. Den Dude. Von daher. Bis zum nächsten Mal. Tschaui. Mal ehrlich. Eigentlich willst du dein Haus doch gar nicht verlassen. Und das solltest du auch nicht. Es ist entweder zu kalt oder zu warm. Du musst noch dieses eine Level meistern. Oder die komplette Staffel einer Serie gucken. Aber manchmal bekomme ich doch Hunger. Dann bestellst du dir eine Pizza. Aber was ist mit den ganzen epischen T-Shirts, Postern und Sammelfiguren, über die in meinen Lieblingsblogs geschrieben wird? Und ich dachte schon, du fragst nie. All deine Lieblings-Gamer, Geek- und Nerdsachen gibt es in einer Box. Und Luchess wartet nur darauf, sie dir schicken zu können. Du musst nur auf Luchess.de gehen, ein für dich passendes Abo auswählen und deine T-Shirt-Größe angeben. Einfach, oder? Ein Abo gibt es schon ab 19,95 Euro im Monat. Unsere hauseigenen Geeks und Nerds packen deine Box voll mit handverlesener, epischer Beute und versenden sie direkt zu dir nach Hause. Jede Luchess hat einen Warenwert von mindestens 40 Euro. Das ist wie Weihnachten, einmal im Monat. Und so bekommst du wenigstens Sachen von Leuten, die genau wissen, was du möchtest. Verschwende nicht deine Zeit durch Einkaufszentren zu hetzen oder auf sechs verschiedenen Websites zu bestellen. Überlass uns die Arbeit, dich jeden Monat mit der Luchess ins Nerdwarner zu schicken.